ich wollte einfach nur zu meiner anderen villa ach so du abkürzer du ich werde dir doch nicht alles stahl geben können das brauche jetzt ein bisschen okay dann erst mal ein stack ja ja tue ich denn in diese ender chest eine storage so zwei stahlplatten das habe ich schon mal vier bronze da fangen wir mit den motoren an oder wollen noch mehr stahl und kupferkabel wie macht man die denn oder nimmt ihr auch die anderen kupferkabel an nein der nimmt nur die universale electricity art was jemand die baut kubi kupferkabel von in der squarecraft nur statt dem gummi wolle ist ja cool stürmt da war ja was die kennen wir doch nicht die das sind die blue elektrischen kabel die du meinst die baut man aus blue alloy in gott und wolle aber genauso lustigerweise also hast schon recht das ist ziemlich ähnlich aber mit den kabeln hat das an sich nicht viel zu tun was haben jetzt mit dem schiff kaffee zu tun überhaupt nichts hat das maul die ausrasten ist in der brust in wochen auch als die so er kann ich gleich mal vier machen so jetzt kommt natürlich das die nächste an erweiterter schaltkreis den macht man das einfachen schaltkreisen die ja und redstone dort gehört wie gemein ist das in der stahlplatte der bronzerplatte was mach ich lieber ich nehme die stahlplatte jetzt erlaubt so eine stahl ist die leichte erachtet nichts für mich das mit zu viel getügel ich mach das gleich doppelt schon mal dabei bin jetzt sagt mir nicht genug kabel genug kabel Leute mein Haus sieht aus wie der Schuh des Manitou nur irgendwie falsch rum das ist ja schön für dich nein du magst die Schule und das Manitou ist nicht oder was die 5 jahre jetzt schon an sich die mag ich nicht das finde ich jetzt aber ziemlich beschämend sie schon klauen heller ja mache ich ja gerade nur die aus die schacht so ist durch zwei Diamanten Alter, das sind bald Nur noch Alter, das sind schon unter 220 Das ist voll schlimm, ne? Was? Dass ich nur noch 200 Und nicht mal mehr 220 Dias hab Ich hab 47 Du losche Was soll ich mit dem Scheiß? Die braucht man doch eigentlich zu nichts Scheiße, was? Ach, das war Bronze, ne? Ich lebe Vanilla So, ich hab ne Zentrifuge Deine schaffe ich nicht mehr, tut mir leid Okay, nochmal von vorne Ich brauch nochmal zwei Stahlplatten Die Motoren habe ich Ich brauch die Stahlplatten noch Theoretisch hättest du mal lieber alles doppelt machen sollen Wenn's zweimal alles Ich weiß, das hab ich dann auch gemacht Mit dem erweiterten Schaltkreis und so Aber mit diesen Basic-Sachen nicht Ach, das war's schon Das waren nur die Stahlplatten, die ich nochmal machen musste Das ging flott Sonst hab ich alles So, zwei Zentrifugen Und daran sind nur drei Leute gestorben Und wie treibt man die an? Das wäre jetzt der nächste Schritt Soll ich die auch gleich noch mitbauen Für mich Ja, willst du nicht Mach ich aber nicht Was würdest du denn haben? Ein Biogenerator? Wo du deine Karotten oder so Ich weiß es nicht Also ich garantiere nix Irgendwas biologisches Das wird man da schon reinpacken können Ich glaub, Setzlinge haben funktioniert Äh Möchst du so ein Biogenerator, dann Heat Generator Okay, glaub ich mach Biogeneratoren, weil ich hab da jetzt keinen Bock drauf, so lange Zeit zu verdammeln Ich mach mit Nein! Was hast du nicht gesehen? Nee, ich bin eigentlich lieber ohne Witz, ne Was wäre dir lieber? Heat Wenn man den nicht zu schwer macht, dann vielleicht Okay Ich brauche Achtung, Kacke! Gut dann nicht Ich mach Bio Ich brauche drei Platinum Was auch mal das ist Das ist leicht Leute, ich guck grad nach Es ist an sich nur so ein Gewusel Also ich kann's schon machen Nee Nee, ist gut Ich wollte Es sei denn der Biogenerator ist jetzt heftiger, dann mach ich doch lieber den Heat Generator Heat wäre einfach rar, weil man dann einfach zum Endertank geht Sich ein Eimer Lava macht Fertig Äh Also beim Biogenerator gibt's etwas, was mich noch ziemlich verwirrt Ich glaub da gibt's schon wieder ein ID Mistakes Man macht die noch Blasrohren Hehehe Noi Na aber nicht nur, nicht nur zwei Stück davon sind zwei Teile von neun sind aus Blasrohren Mit die anderen? Ähm So komischen Enriched Eloy Stahl Block Ähm Mach Bio Generatoren Tut mir leid, das andere ist ein bisschen blöd Okay Oh Tut mir leid, das mit dem Stahlhandel wird wohl nix Haaaa Hätte aber für beide gebraucht Also macht keinen Unterschied Hätte sieht übelst schwul aus, der Stahlblock Ich glaub ich baue mir eh keine Anti-Matter, eine reicht Da mach ich mir lieber ein paar Atombomben Das umweltfreundlich ja Ja ne Macht weniger kaputt, verpestet zwar aber Ich weiß gar nicht, wie lange das anhält, wenn ich das einmal richtig gelesen hab Ich mal so äh, im Physikunterricht Äh, wenn Wasserstoffbomben eigentlich umweltfreundlicher? Ja, das meinte ich ernst, weil so ich weiß, dass in Wasserstoffbomben auch Uranium drin ist Also Uran meine ich Und dann sagt sie ja, äh, abgesehen davon, dass es noch mehr Bummen macht Ähm Nein, ist nicht umweltfreundlich Das, das ist halt, macht man halt auch aus Uran Das wusste ich damals ja nicht Da war ich ja noch die Unschuld vom Lande Jetzt bin ich der kranke Spacken vom Lande Ah Ah, verdammt, ich brauche zwei so ne... Ah ne, ich brauche vier Ah, dann brauche ich ja sogar vier Blasrohre Soll ich dir ein... Nein Wieso ne ich? Weißt du, ich hab da nicht mehr so Interesse dran Das damals mit Barbara, okay, aber mittlerweile, ne... Alle wundern sich jetzt mal Was redet ihr von Barbara? Wer ist das überhaupt? Kennt ihr die dich? In irgendeiner Folge zwischen... Ich glaub 200 und 400 haben wir das paar Mal erwähnt, also... Ne, ich glaub auch schon vorher, müsst ihr einfach mal alles nochmal gucken Na, okay, dann fang nur mal von vorne an, ne... Lustigerweise sind tatsächlich Leute, die manche Folgen gucken Weil ich krieg teilweise noch von Leuten, die ich noch gar nicht kenne, Kommentare bei den ersten Folgen Das heißt, es gibt tatsächlich Leute, die die ganze Serie anscheinend nochmal gucken wollen Der nochmal meine ich nicht, sondern die die ganze Serie gucken wollen Ist doch episch, oder? Find ich gut, ja Ist aber auch ne ganz schön geile Serie Ja Weil ich dabei bin Was? Nein Was? Nein Wir So, für das ganze Ding gibts mir viel Dias Ey, jetzt mal ganz ehrlich, ne... Ich lief auch noch ein paar Kabel mit und dann... Ich guck mein Let's Play alleine nicht so gerne Und deins auch nicht Aber von uns beiden ist das einfach nur geil Ja Ich guck auch immer IPTV Ja, das tust du... Ja, das tust du... Äh, ich lege... Du gibst mir viel Dias für das ganze Ding Und ich liefere sogar noch mal fünf Kabel mit Ja Du meinst jetzt für beides Bio-Kabel... Ja, für beides Und die Kabel, äh, die gibt's exklusive nochmal als Bonus Was für Kabel? Geht dann aufs Haus sozusagen Ach, so ne Kabel... Ja, okay Wie viel sagst du vier? Vier Dias, ja... Scheiße, ich hab... Gerade im Inventar so... Drei... Also ich hab drei mitgenommen Jetzt muss ich nochmal nach Hause Tu mir die am besten in die Endertest, weil ich stehe hier gerade Weißt du, was mir aufgefallen ist? Als da eine Creeper explodiert ist, hat er drei Kerzen vor mir mitgehen lassen Cool Ich hab jetzt nur noch eine Ich könnte die neu craften, da hab ich gleich 32 Stück, aber... Nee Hey, wie macht man die denn? Ähm, ich glaub du brauchst Bienenwachs und... Schau doch nach Kerze Macht man aus sechs Bienenwachs und einem Faden Ich hab gar keinen Bienenwachs, wie kommt man denn denn? Äh, wenn du Waben in ne Zentrifuge packst, kriegst du... Die Sachen So, ich werd jetzt mal meinen aufstellen Kann man hier nen Backup machen? Nein! Aber er hatte gerade nen Backup gemacht, ne? Keine Ahnung, ja... Kommt hin Ja, ist nicht lange her Äh... Aber ich bin mit der Mod noch nicht so vertraut, deswegen... Ich kann nichts garantieren, weil ich nicht... Weil's ja auch sein kann, theoretisch, dass die Welt abkackt Was ich aber jetzt mal nicht glaube Ich bürge für dich nicht Also niemals Strom konvertieren, das hab ich ja schon mal gesagt Was? Äh, ich hab so aus Spaß gesagt, ich bürge für dich Gott Und dann so und dann tue ich nicht Ich hab nur gelohnt Nur gelohnt Jaa... Creeper! Was mach ich spring zu dem hoch, genau Tja, weil du ein Video bist Ich muss nur hin Ja, genau, echt, ey Mann, wie ich diesen Thron hasse, ne? Dieses... Ich sing's gar nicht Äh, soll ich dich eigentlich mal informieren über die Hunger Games Folge, wo ich drin war? Äh, wär nett Also, ich hab's zum Fest mal geschafft Ich hab ein Dia-Schwert gehabt Und, äh, die letzten zwei Gegner Das waren irgendwelche Fritzen, die sich hochgebaut haben und sich mit Glas und alles ein... Ein Haus gebaut haben Ich find das so arm So, den einen Ich hab mich ein kleines bisschen hochgebaut Und das... Lustigerweise hatten die das auf einer Insel gemacht Ich hab alles... Oh, das ist gut, dass hier jetzt nochmal ein Backup gemacht wird Ich hab extra alles Äh, so weggebaut Den Sand, damit ich ins Wasser falle, wenn die mich runterschubsen So, der erste hat mich mit nem Schneeball beworfen Das war so ein scheiß Schneemann Ich hab den aber noch mit nem Pfeil getroffen Mit meinem Bogen Und dann ist er hochkannter runtergefallen und dann fall der mit gestorben Geil Der andere hat mich als Hacker bezeichnet Ich so, nö, ich nehm auf Ich mach grad ein Let's Play Ähm... Und, äh... Dann, äh... Ganz oft Ich hab mich fünfmal hochgebaut oder so Wurde immer wieder runtergeschubst Und irgendwann konnte ich den dann... War ich dann fast oben, weil ich ne richtig geile Taktik entwickelt hatte Und da hat er sich mit ner Ender-Perle weg... Weggedaddelt Und dann bin ich dem einfach stumpf gefolgt mit nem Boot Hab den Stärkeltrank getrunken und, äh... Hab ihn getötet Und vier Punkte bekommen Lol Irgendwie Bist du alleine... Bist du alleine besser? Bring ich irgendwie Pech oder was? Ja, du bist echt scheiße Nee, ich glaub das ist Zufall Okay So, eine Zentrifuge Hast du auch gesagt, warum ich nicht dabei bin? Ja, aus Zeitgründen Hä, das ist doch gar nicht richtig Im Prinzip schon Moment Wieso denn sonst? Ja, weil Internet abgeschissen ist Ja, aber wir haben sonst keine andere Zeit das zu machen Deswegen im Prinzip auch Zeitgründe Sonst hätte ich's ja später gemacht im Prinzip Im Prinzip Ach, jetzt wird der so gesetzt Nein! Oh, ich bin ins Wasser gefallen, Mann Wegen dir Ich mein, schämst du dich nicht? Nein Hä? Was ist denn jetzt hier der Input oder Output oder überhaupt irgendwas? Ich glaub hier Ich mach mir nochmal ein paar Kupferkabel Das sind übrigens diese Kabel, die ich da aufs Haus reinpacke gleich Das ist ein Kupferkabel Von Industrialcraft Äh Von, äh Von 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 Universal Electricity Was hab ich denn gerade gesagt? Industrialcraft Ah, nee, die sind's nicht Ich liefer dir fünf Kabel mit, okay? So wenig So wenig Daneben sechs Das sind drei Kupfer etwa So wenig Ich schenk dir drei Kupfer Mehr Der tolle drei Kupfer Mehr Hab ich nicht Okay Nein! Wow! Ich hab schon an den Schritten gehört von diesem Bastard Ich hör nur so Schritte hinter mir und dann war das ein Creeper Eine, wenn du wüsstest, wie viele Creeper ich heute schon töten musste Nein, ich hab's gern getan, hier So dann, na gut, ich geb dir neun Aber das ist mein letztes Angebot Zehn Hab ich nicht, ich hab nur noch neun Oh Oh Du bist ja gar nicht hier mal im Haus Komm her Hab sie jetzt? Ich guck, gritt deine Sachen an Ich hab dir grad kurz Diamond Shards geklaut, ich hab die zurückgelegt Neun Okay, ich bin doch hier, fahr dir an Jo Ja Warum nur drei? Hier hat ein Creeper zu mir, ich Achso Irgendwann geht der Zauber vor So Oh Irgendwann töt' ich nochmal den ganzen Tiere Nein Boah Dann töt' ich deine Oh scheiße, ich mach mein ganzes Gold hier gerade zu Nein, es soll jetzt keine Drohung sein, aber wenn du mal absichtlich mein Wolf tötest, dann stört das Haus wirklich mit einer Antimeter Ja klar Warum soll ich das tun? Äh, tun Ich meine ja nur Das würde ich verstehen, aber ich tue es ja nicht, also von daher Ich töt' dir den absichtlich, es war ein Versehen, so voll schlecht geschauspielert Selbst wenn, dann würde ich trotzdem dein Haus zerstören Warte, was? Dann würde ich trotzdem dein Haus zerstören, auch wenn es aus Versehen wäre Aber wenn es aus Versehen wäre, dann das würde ich nicht akzeptieren Ja, ist mir egal, ob du es akzeptierst Dann würde ich ein Backup laden Dann zerstöre ich das nochmal Kacke, mit Setzlingen kann man es schon mal nicht machen Ohi, du färgst, wenn du willst damit machen Ey, wenn der Scheiß ist, will ich mein Geld zurück Nö Ey, jetzt sag nicht, man braucht die Sibio Masse, ne Äh, da war ja was Biomasse Biomasse Bin ich mir ziemlich sicher Beide Äh, da hat es noch geimpft